Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, heute ist der 4.7.2020, es ist 19.27. Heute war Claudia da, es ist Samstag, es war sehr irgendwie komisch und wir haben uns gut unterhalten aber wir haben lange gebraucht bis wir ins Regen reingekommen sind und ich war auch sehr müde und schlecht drauf aber nicht weil ich depressiv war sondern weil ich so müde war und sie ist heute länger geblieben weil wir uns dann doch ganz gut verstanden haben und es ist schönes Wetter und ähm, irgendwie war es anstrengend aber irgendwie war es auch schön und irgendwie war es langweilig aber irgendwie auch nicht, ähm, so ein komischer Mischmasch aus allem möglichen, ähm, mir geht's psychisch ganz okay, außer dass ich müde bin und sonst gibt's nicht so viel Neues. Ich hab mir gestern noch ein paar Videos von Psychologikern geschaut zu verschiedenen Themen wie in Tradition und so weiter, was ja auch persönlichkeitsbildend ist und ähm, fand ich ganz interessant und hilfreich, mir fallen die Augen schon fast zu, weil ich so müde bin. Meine Eltern sind gerade Kissen draußen, meiner Mutter geht's besser aber sie wird am 20. August, wird sie die Gala entfernt, die ganze Gala jetzt auf einmal und das ist kein schlimmer Eingriff aber Narkose ist immer gefährlich und und das macht mir so ein bisschen Sorgen und ich hoffe, dass sie bis dahin gut geht und denke halt viel drüber nach. Ich möchte sie nicht überstrapazieren und und möchte Rücksicht nehmen, aber wenn ich halt sie zur Toilette muss, dann muss sie auch nicht. Ich möchte sie auch gehen und das finde ich halt ein bisschen schade, aber ich kann mir da leider selbst nicht helfen und ähm, sonst, am Dienstag kommt Sonja wieder, am Montag kommt Claudia, aber nur für zwei Stunden. Oder zweieinhalb Stunden. Oder zweieinhalb Stunden. Oder zweieinhalb Stunden. Und positive Gedanken zu finden. Es fällt mir beim schwerer und leichter. Heute bin ich um neun aufgestanden. Oder halb neun. Weil die Volkshilfe gekommen ist. Von daher war ich auch so müde. Am Montag kommt wieder die Volkshilfe. Heute haben wir gescheit Haare. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber sie sind viel sauberer und weicher und nicht mehr fettig oder strohig. Obwohl ein bisschen strohig sind sie wohl, aber sie schauen besser aus. Hier ist mir ein Riesen mit der Sau aufgelaufen. Der lässt sich aber noch nicht ausdrücken. Der tut auch ganz schön weh. Wenn man drüber fällt. Sonst gibt es wirklich nicht viel neues. Ich weiß nicht, was ich euch sonst erzählen soll. Ich habe ja gestern noch ein Corona-update, glaube ich, gestern oder vorgestern nachgeschoben. Und das war so ziemlich alles. Bei uns geht es in Oberösterreich richtig zu. Weil es da große Ansteckungszahlen gibt. Und teilweise sogar wieder Schulen geschlossen wurden. Die haben zwar nur noch eine Woche Schule. Aber wir vermuten auch, dass die Schule von meinem Cousin auch wieder geschlossen wird bis Mittwoch. Also, dass die Woche nicht ausläuft. Sondern, dass sie bis Mittwoch zusperren. Und, ja, dort oben dürfte es ziemlich zugehen. Aber da bin ich nicht wirklich informiert darüber. Sonst war es das von mir. Gute Nacht. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Ines. Eure Ines. Eure Ines. Und 1800 Green Danforth. Vielen Dank.